Cheers! Mein Name ist Pynex und herzlich willkommen zum nächsten PvP-Video mit meinem Krieger. Ich glaube, ihr seht heute das längste und spannendste Match, was ich bisher in Crystalline Conflict hatte. Viel Spaß! Wir haben dabei ein White Mage, ein Dance, ein Dragoon und ein Red Mage. Ganz gutes Setup. Und wir kämpfen gegen... Ein Maschinisten, ein Warrior, ein Red Mage, ein Dragoon und ein Dark Knight, okay? Ja, das Setup ist auf jeden Fall besser von den Gegnern, würde ich sagen. Aber gucken wir mal. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht ist sogar unser Setup besser, aber zwei Tanks ist halt ekelhaft. Ist halt einfach so. Gut, unser Ziel ist es, möglichst lange On-Spot zu stehen. Wir wollen der On-Spot-King werden. Gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Ich hoffe, unser Team engaged mit, wenn ich engagee, weil das ist oftmals das Problem, dass die Leute nicht rallen, wenn der Tank engaged, dass da manchmal auch hinterhergegangen werden muss. Und dann werde ich einfach auch von den Ds niedergezerkt. Dementsprechend gucken wir einfach mal, was wir so haben. Unser Dragoon ist auf jeden Fall interessant offensiv. So, du kommst schon mal her und dann können wir mal gucken. So, okay, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Ich mache einmal meine Bubble an. Dann heile ich mich nochmal hoch. Ähm, vier Sekunden müsste ich noch aushalten. Nimm doch das. Oh, krass. Das war auf jeden Fall wild knapp, äh. Gut, gut, gut. Und jetzt bleiben wir On-Spot. Ich muss jetzt ein bisschen chasen, damit wir ein paar Leute hier wegkriegen. Aber ich muss jetzt irgendwie mal hier überleben auch. Die Gegner sind schon wieder alle da, ne? Oh, Gott, ey. So, ich habe Live-Leach an. Der ist gerade immune. Gegen alles. So, jetzt nehmen wir uns mal den Red Mage hier vor und gucken einfach mal, was der dazu sagt, wenn ich den ein bisschen ins Gesicht haue. Okay, und jetzt hier der Freund. Okay, hier haben wir noch einen, was ist das? Einen Dragoon oder so? Und jetzt On-Spot. Schnell. Eieiei, okay. Gut aufgeräumt. Ich war gar nicht so krass On-Spot. Ich habe aber viel um den Spot gekämpft. Und jetzt können wir hier pushen. Wir sind beim ersten Carry-Punkt. Das ist gut. Ich will ich hier haben. Gucken wir mal, kriegen wir den einfach genuket? Okay, ich benutze auf jeden Fall meine Ulti. Komm schon. Ich bin tot. Ah, shit, okay. Wie sieht es aus? Wir haben noch zwei Lebende gegen fünf Lebende. Okay, krass. So viele Leute haben wir überlebt. Okay, dann können die jetzt gegen pushen. Ist aber nicht schlimm. Der beschäftigt die noch ein bisschen. Möglichst lange drinstehen, wenn es geht. Wir respawnen. Und können dann jetzt zusammen da rein. Ist noch nichts passiert. Alles gut. Wir sind gerade wieder in der Mitte. So, aber wie viele von uns sind da schon wieder drin? Warum geht ihr da rein? Wieso? Wieso muss das sein? Okay, ich habe die tatsächlich so ein bisschen hergelockt. Gar nicht so schlafen, denke ich dann gewesen. So, du bleibst mal hier. Kriegen wir den getötet? Wenn wir den Krieger getötet kriegen, ist halt großes Kino. Dann ist halt wirklich großes Kino. Ne. Der hat sich halt gut gegen gehalten. Aber wir haben hier ein bisschen aufgeräumt. Auf dem Spot. Das ist gut, dass wir die da beschäftigt haben. Da hinten ist noch was. Da hinter uns dann rein geistert noch was rum. Wir brauchen die Hilfe. On-Spot, Leute. Den chaise ich jetzt ein bisschen. Muss ich. Okay. Egal, egal, egal. Wir haben gut durchgepusht. Aber wieder bis zu den Gegnern. Das ist auf jeden Fall ein wildes Match hier. Hier ist gar nicht so viel mit On-Spot-King. Wie sind wir da? Hier. Die machen sich ja selbst mit meinem Schild so viel Schaden. Hier haben wir auf jeden Fall eine gute Gebäuderei gerade. Ohrenpuls wieder an. Den. Den einmal stun. Dann wieder auf dem Spot. Ich muss hier raus einmal. Wir sind in der Verlängerung. Der Krieger. Yes. Wir haben den Krieger tot. Das ist gut. So, jetzt einmal hier ein bisschen chasen. Einmal die Leute umklatschen. Und dann haben wir es. Hierher. Ich kann schon nicht mehr reden. Den haben wir auch. Okay, die sind wieder On-Spot. Den chaise ich einmal. Okay, Krieger nicht gechased. Einmal On-Spot. Und drauf bleiben. Da kommt der Dragoon. Sehr gut. Richtig gut aufgeräumt hier. Wir müssen einfach nur auf dem Spot bleiben. Einfach nur auf dem Spot bleiben. Denn der rennt wahrscheinlich von selber. Oder er ist smart und bleibt so lange auf dem Spot, wie es geht, um seinem Team Zeit zu erkaufen. Ich charge wieder rein. Muss ich raus. Auch nicht schlimm. Okay. Okay, einmal healen. Aus dem Stun raus. Einmal Schild ziehen. Einmal Urimpuls. Okay. Einmal hier. Einmal die Kette, damit der nicht wegrennt. Ein bisschen heilen. Den da. Den da. Den da. Den Krieger. Nee, das ist der Dunkelräder. Nein, 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 nein. Der muss sterben. Okay, der ist wieder hochgeheilt. Was ein Match, Alter. Okay. Ohrimpulse da drin. Kette. Scheiße. Okay, ich bin tot. Nein. Jetzt dürfen die nur nicht zu weit pushen. Eieieiei, was ein unkämpftes Match. Nice. Hier hat er noch einen weggeholt. Vielleicht, wenn wir jetzt gut drauf pushen, kriegen wir die noch. Okay, wir sind zwei in Unterzahl, Jungs. Und die haben wir nur einen Toten. Wir dürfen hier nicht jetzt irgendeine Scheiße spielen. Den müssen, den killen wir jetzt hier. Los, Leute. Ich hoffe, meine Leute machen das, denn ich habe hier eingeholt. Okay, was ein Match. Das ist jetzt schon geil, das Match. Einmal Kette drauf. Okay, let's go. Weiter geht's. Pushen, 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 pushen. Wir müssen irgendwie über die kommen. Wie kann der so lange überleben? Hütet den. Sehr gut. Jetzt hier den Red Mage oder den anderen, der hier rumrennt. Was ist denn das, ey? Einmal hier den Trank. Mit dem. Gut gechased. Und let's go, Leute. Let's go. On-Spot, 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 on-Spot. Wir schaffen das. On-Spot, on-Spot, on-Spot. Oh, nice. Der Mashi ist down. Wichtiger Kill. Noch einen holen, noch einen holen, noch einen holen. Noch den. Ah, dunkle Ritter, schade. Der hat too much life. Hinterher hier, hinter dem Dragoon. Kette. Ich bin tot. Shit. Jetzt pushen die wieder vor. Ja, ja, ja. Was ist ein Match? Holy shit. Okay, ich glaube, das ist das längste Match, was ich je bisher gespielt habe. Warte, wie bin ich so schnell gestorben? Ich habe zwei Ultis gefressen. Als ob es das war, Leute. Wir haben das verloren. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, das tut weh. Das Match verloren zu haben, tut echt weh. Aber ich war mit Abstand am längsten auf dem Spot. Oh, tut das weh, das verloren zu haben. War aber ein geiles Match. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. 22 Assists. Nice trotzdem. Sehr, sehr nice. Erliebender Schaden. Am meisten am längsten auf dem Spot. Nice. Ich bin doch der On-Spot-Kick. Leider eine knappe Kiste. Lasst mich doch trotzdem vielleicht wissen, was ihr als nächstes für eine Klasse sehen wollt. Oder was für Content ihr vielleicht auch in Final Fantasy sehen wollt. In diesem Sinne, bis dahin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und tschö. Ich bin doch imρχischen Tag. Ich bin doch der On-Spot-Kick. Bis zum nächsten Mal. Ich bin doch der On-Spot-Kick-Kick. Vielen Dank.